hallo und herzlich willkommen bei virtual studio so jetzt habe ich den faden verloren und meiner wenigkeit und einer runde overwatch dank dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem kanal ein spiel haben wir noch offen das werden wir jetzt mal anstreben also bleibt dran so da sind wir auch ich habe mir mal ein bisschen farbe verpasst und ja ich bin zu grau verteidigen dann haben wir einen healer will keiner tanken ne ne komm team chan ist gut heiler ist jetzt nicht das optimale ja warum geht der denn da runter nein gehen wir zu dem ich bin es leid zu wahren seid gegrüßt doch mal stehen alter hat sie platt sehr gut hat der mich echt weggeschlittert ja der dings ist ja immer voll für den arsch ja hier der hat's nicht drauf dumm wie brot ja 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 und Hast du es mitgenommen? Sehr gut. Nicht bewegt. Christen hätte auch da gekommen. Ah, die hat das schöne Outfit. Schade! Stopp! Weh, du zockst hier voll ab! Haha. Barriere aktiviert! Ach so! Scheißdreck! Ah! Ihr schreitet die Ehe! Noch 60 Sekunden! None to play! Defendive Matrix! Aktiviert! Wir halten uns hier gut. Dann macht sie platt. Sieg! Sehr gut! Abgeschossen! Haben wir gut gemacht. Hehehe! Ende! Machen Sie sich bereit zum Angriff! Wählen Sie Ihren Helden! Das ist eine gute Kombi eigentlich. Sollte funktionieren für den Angriff. So, komm! Hat einen guten Healer-Job gemacht, die Niki. Hatten wir die nicht vorhin? Anfang der Woche quasi schon? Der Gerechtigkeit wird genüge getan werden. Haha! Es geht doch nichts über einen guten Kampf! Scheißdreck! Wenn es Probleme gibt, bin ich klar. Hallo! Hallo! Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Mal sehen, wie viel heute wieder zu tun ist. Sinshin Tinky spielt jetzt vorher Anna. Ja gut, das ist auch besser so. Zielfernrohr-Kills! Guck mal! Gold sogar! Gleich geht's los! Schön ablenken, die Leute! Komm bei! Ich hab die gut abgefangen. Ich hab die gut abgefangen. Ich hab welche gekillt? Ne, nicht einen. Die ganze Action haben wir ein bisschen weggerumpst Drei Leute, aber ich habe die echt gut abgelenkt hier Keiner wischt, ne? Was für ein Scheiß So, weg damit Wo ist der Teleporter denn? Da hinten wahrscheinlich drin Wir sind ja immerhin schon hier oben, dann ist nur durch die Tür Boah, ein Schuss Aber Sieg! Nein, wir haben verloren, oder? Sieg! Der, wieso denn der? Ich war für cooler Ja, das war das, deswegen hat er nichts angezeigt Niki kriegt ein X Auch wenn ich selber dabei bin Sehr schöne Runde Aber wieder viel zu kurz, irgendwie kriegen wir das nicht gebacken hier Aber ich sag mal so, in der Woche haben wir das halbe Level hochgekriegt Und das Schöne ist, wir haben jetzt Quasi unseren fünften Sieg Hier hatten wir eine Pechsträhne, hier haben wir eine gute Stähne gehabt Fünf von fünf Eine Beförderung Sehr gut So läuft's, Mädel Also Ja, wie gesagt, wir haben jetzt nur noch Das ist wieder so blöd, ne So eine halbe angefangene Folge Eigentlich haben wir nur noch fünf Minuten Team Deathmatch Ja, totales Chaos Sollen wir es mal probieren Einfach mal reinschauen Da sehen wir mal wieder was Neues Und kommt vielleicht hier auch mal ein bisschen irgendwie Ja, man übt ja dadurch natürlich auch, indem man andere Sachen probiert Denn das ist noch nicht gut Solange hier natürlich Im gucken ist Aber gut Willkommen in Hollywood 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 Den nehmen wir denn da noch? Boah, wer hat denn da den Zaun so eklafft an, bitte? Mit dem Fernsehen hintergehoben Weißt du wie sich das anhört, wie ein fettes Schwein Entschuldigung wenn das so ist, aber tatsächlich haben sie so richtige Haar Ja klingt jetzt böse und gemeiner als es ist, ne? Hartz 4, whatever, sitzt fett, halbnackt auf dem Sofa und zockt Nein, das ist ein kleines Kind, ok Ich beschütze die Unschuldigen Wir sehen uns in der Luft Kommen wir da nicht rüber Angreifer in 30 Sekunden erwartet Ich sag's euch doch, das wird eine glorreiche Schlacht Da Kommt man da hoch? Muss denn Gewalt immer die Lösung sein Ok, nee 5 4 3 2 1 Angreifer nähern sich Verteidigen Siebzielpunkt A 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 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 6 6 9 10 10 6 10 1 7 10 13 12 14 15 15 15 20 16 16 Ich bin gleich tot. Komm, hier. Oh, die Genüse. Ach sie platt! Nein! Ah, der ist durch, ja. Wird Zeit, hier hochzugehen. Ah! Oh, dieses Potenzial! Geschützt wird hoch! Ah! Ich bin gleich wieder. Ah! Ich bin gleich wieder. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Wir sind alleine, oder? Die sind am Ziel, die Schweine. Ja. Das ist eine sichere Sache, nur weiter so. Jawohl. 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 Sieg. Immerhin. So, dann mache ich jetzt die Feierabend. War noch mal eine lustige Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren. Nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. So, dann. Schau. So, dann. Ich bin mein Teil. Untertitelung des ZDF, 2020